Also richtig. Okay. Yay! Imaginäres. High five. So, bereit? Nein, nicht bereit, ich muss pinkeln. Ja, ja, okay. Okay, offizielle Pinkie-Pause. Hashtag Pinkie-Pause habe ich gerade gelesen. Großartig. Wir sind gleich wieder da. Tschüss, die krass 105 Leute um die Uhrzeit seid ihr krank. Hallo. llä, ja. Zitten. Ich hab Hunger! Dann geht der Kram hier noch. Muss ich noch was bestellen jetzt, oder? Es ist 2 Uhr. Was hat denn da noch auf? Also in Berlin? Wohnst du in Berlin? Ja. Da hat noch sehr vieles auf. Zum Beispiel Quick Burger! Yes! Quick Burger ist mein Freund. Ich bestell jetzt einfach mal und wenn die kommen, dann muss ich halt aufhören. Wer ist da? Hallo? Ich bestell jetzt was zu essen. Echt jetzt? Ja, und wenn das kommt, dann bin ich raus. Alter, du bestellst jetzt noch was zu essen, Digga? Willst du nicht mal ins Bett gehen? Ja. Alter, ich hab Hunger. Was bestellst du? Quick Burger, Alter. Digga, warum bestellst du dich bei Kreuz? Wie bei Kreuz? Die haben zu. Achso, sie haben zwei. Normalerweise bestell ich immer bei Kreuz. Aber heute? Quick. Ist Quick Burger gut? Gleicherung. Die kann ich nämlich auch. Quick Burger ist für die Uhrzeit perfekt. Okay, also nicht gut. Doch, die sind echt okay. Äh, Dinoso, es ist nicht creepy, wenn du mich kennst. Das passiert manchmal. Ich hatte übrigens grad voll die gute Beleidigung und dann ist mir aufgefallen, dass die Beleidigung doch nicht so gut ist. Das ist doch keine gute. Ja, ne, ich hatte sowas wie, sowas wie, du bist der Willi, ne, unter den Dschungel-Camp-Teilnehmern bist du der Willi Herren. Aber die sind halt eigentlich alle scheiße. Da kannst du durch die Bank weg jeden Namen nennen. Ich drücke jetzt Auto. Ich auch. Okay. Warte, ich bin noch am Bestellen hier. Ich bin noch am Essen bestellen hier, Alter. Le-Lol, Alter. Le-Lol, Alter. Le-Lol, Alter. Le-Lol. Warte, ey, Stopp, Halt! Stopp, Halt, Stopp! Keiner fährt��라고요. Ich hatte noch meine Hände an der Flasche. Alter, wehe, du gehst jetzt an den Ball. Ich schwör's dir. Ich bring dich auch. Ich weiß, wo du wohnst. Alter, wie geil das flagt, der Χ brig aus absence, bring. Seid mal ruhig. Nee, ich weiss nicht mehr, wo du wohnst. Seid mal ruhig. Was? Wie lustig das klingt, lokal bis man springt. Hört man nur beim Spring zum. Fischkop ist da! Ruhig. Ich will mal die Ingame-Mucke essen. Ohne Scheiß. Mach mal jetzt nix. Ich will nur mal die Ingame-Mucke ein bisschen lauter machen. Es gibt keine Ingame-Mucke, wenn du spielst. Was? Warum machst du denn immer Monster-Cats an, Digga? Ach so, deshalb. Sekunde, dann mach mal jetzt nix, dann mach ich mal Monster-Cats an. Ich brauch halt jetzt echt Mucke, ne? Äh, Twitch-Punkt-Divon-Divon-Divon-Divon-Divon-Divon-Divon-Divon-Divon. Verdammt der Scheißer! Ich wollte doch jetzt die Kohle für das Essen, meine Kühle, nochmal. Ja, wo hast du denn getan? Jetzt ist das nicht dein Ernst, ne? Mit wem redet? Oh, das ist jetzt hier, verlammisch! Nee! Ich darf's her, jetzt! Was hat die Kohle jetzt? Mit mir mein Pomponé gelaufen! Wie mein Pomponé! Der kann ich noch nicht wissen, oder? Er ist einfach... Ja, ist ja gut. Ich schaff das schon ohne dich. Können wir mal ne Runde machen, wo wir nur springen und nicht fahren? Sorry, ich war kurz muted. Nur springen? Machst du nicht! Lass mal ne Runde machen, wo wir... Wir spielen jetzt mal ne Runde nur springen! Wie jetzt nur springen? Nur springen! Nee, nicht nur springen, was ist das denn? Was ist denn das für ein Quatsch? Miko 091 Okay, dann geht's jetzt los, oder was? Eine Nacht mit euch! Wow! Geht los! Leute, wenn mein Essen da ist, bin ich raus! Wenn mein Essen da ist, bin ich raus! Okay? Können wir uns das machen? Ohohohoho! Ja, machen wir das! Alter! Ey! Snap! Guck hin! Snappy hat angefangen! Äh nein! Fischkopf hat angefangen! Fischkopf hat vor sich hingedribbelt! Ey, dann mach doch nen Restart! Dann mach doch nen Restart! Dann mach doch nen Restart! Geht das? Meine Mutter macht nen Restart, Alter! Mach doch nen Restart! Jedes Mal, wenn sie sich denkt, oh da möchte ich ja nochmal! Boah, was? Alter! Also mit dir zusammen meinst du? Ja, natürlich! Ja, sag mal! Danke für die Erklärung! Schön! Oh! Also es steht 0 zu 0! So! Wollen wir das mal ändern! 0 zu 1! Es steht 0 zu 2! Ne, jetzt steht es 0 zu 1! Das erste Tor zählt nicht! Nein, es steht 0 zu 2! Da steht ne 2! Oh Leute! Hab ich auch gesehen! Oh Fischi, gehst du ran? Ja, ich geh ran! Geil, Alter! Stimmig! Fisch geil, wenn du rangehst! Ich geh zurück ins Tor! Da würde ich mich an deiner Stelle hin beeilen! Warum war da keiner? Ich bin hier! Ja, ja, das seh ich! Warum war da keiner? Sagt er! Warum ist jetzt hier keiner? Ne, weiter! Ich muss ja erstmal... Der war doch nicht mal vorm Tor, Alter! So was von, ey! Achtung! Gehts nicht! Woah! Mach doch sowas nichts! Das war alles geplant! Das war alles geplant! Ich hab das ausgerechnet! Mit nem Taschenrechner? Ne, mit den Fingers, Alter! Mit nem Kopf! Lol! LOL! What the fuck? Snappy, du warst mein Fuß grad! Oh, den hab ich! Den hab ich! Den hab ich! Ey, weh, du hast den nicht, Alter! Oh! 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 Ah, shit! Nein! 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 Bin am Tor, bin am Tor, bin am Tor! Uäh! Ich schiebe Panik! Und das ist nicht so gut! Alles gut! Alles gut! Beruhig dich! Alles so! Ich fliege noch! So, bin gelandet! Oh, shit! Der kommt noch nicht! Ah! Ja, was war denn das grad? Ich wollte den ankloppen! Ich wollte den ankloppen! Ich will den wieder vorbeispringen! Das war das! Der ist drin! Der ist drin! Der ist drin! Der ist drin! Jawoll! Guck mal, Hurensohn! Das ist nicht zu fassen, Alter! Aber auch so! Lalalala! Luck dir, du Huren nochmal! Den schlimmen Tag, an dem wir uns nach so nem Abend an nem Dienstag zum Drehen mal sehen und einfach der eine dem anderen, ist ja egal wer... In die Fresse schlagen darf? Einfach der eine dem anderen unverhofft so... Alter, Fischklau, was du machst! Ich kann am Tor! Wieso bei... Hä? Du warst doch näher dran, du hättest doch angehen können! So ein Quatsch, ey! Ja, soviel zum Thema Kommunikation! Klingt komisch, ist aber Kommunikation! Alles drin! Ne, ist er nicht! Ne, ist er nicht! Ne, ist er nicht! Ne, ist er nicht! Ja, halt nicht sofort, aber nein! Ich hab halt nix gemacht, extra! Ich wollte dir beweisen! Ey, was ist jetzt los? Leg! Leg! Das war Leg! Welcome to Leg City! Oh, Leg City! Nein, kein Bus mehr! Kein Bus mehr! Danke, Flo! Ah, fuck that, Alter! Das war meine fucking... Fucking... Fuck, fuck! Mit der fuck, shit, fuck! Oh, mit Boost hätte ich das sogar alleine hingekriegt! Mein... Xbox von Thor überlebt leider diesen Abend nicht! Snappy, du musst ran! Ich geh ran, ich geh ran, ich geh ran, ich geh ran! Okay, Fischkop! Okay, du bist näher dran, deswegen gehst du dran! Ich geh ran, ich geh ran, ich geh ran! Alter, krass! Du bist wirklich wie dieses Fußball-Magazin auf Seite 1, ne? Einfach ran! Nur besser! Ja! Unterhaltsam, halt! Oh, easy! Machste, machste! Oh, wie der da am Pfosten lang gekolored ist! Schön! Da wär ich auch noch dran gewesen! Ne, Mitte! Mitte! Bist du Mitte? Der ist doch gar nicht in der Mitte, Alter! Der war Mitte! Deine Mutter war Mitte! Ich ging Mitte! Neu weggerammt! Und jetzt rückwärts! Ja, jawoll! Rückwärts, bitte! Oh, shit! Schade! Fick dich mit deinem rückwärts! Oh, fuck! Wollte grad sagen, ich fick dich rückwärts, aber das sag ich jetzt nicht! Nee! Sag's mal lieber nicht! Face to face, babe! Und über Snappy drüber! Haben wir, haben wir, haben wir! Spiel bitte, spiel bitte! Ja, mach ich doch! Ja, seh ich gut! Ja, oh, oh, fuck! Hau rein, jetzt! Das Ding! Fuck, bad, Alter! Ey, da ist mir da kurz die Popert rückwärts rausgefallen, was denn hier los? Lol, und der Fischkopf so, lololololo! Lolololo, ich bin der Fischkopf! Drück dich rein! Ich bleib hinten, ich bleib hinten! Ja, ich weiß, du stehst hinter mir! Ich bleib hinten, ich bleib hinten! Ja, schade! Alles gut! Alles gut! Alles klar! Alles klar! Ich bin so froh, dass mein Controller noch funktioniert! Meiner auch! Meiner funktioniert! Was meinst du denn? Meiner funktioniert auch noch! Darf jetzt jeder mal sagen, dass er... Nein, Fischkopf! Oh, der ist drin! Der ist drin! Der ist drin! Der ist drin! Ah! Den hätte ich so... Ich hab grad mein Glas umgeworfen! Den hätte ich gern gehabt! Guck mal, wie ich da noch hinterher war! Ja, ich hab's gesehen! Ich geh ran! Ich bleib hinten! Ich muss noch kurz meine Mauch vertrocknen! Okay, warte! Stopp! 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 Nee, komm! Fick doch weiter! Fick einfach weiter! Fick einfach weiter! Achso, es waren ja eh nur noch zwei Sekunden! Ne Leiche! Fick sie einfach weiter! Isengard, Alter! Isengard, Alter! Isengard, Alter! Hast du echt Isengard grad gesagt? Alter, morgen ist soweit! Dafür mach ich jetzt... Oh, fuck! Ich wollt grad Blumen anmachen! Was, Blumen? Kann ich morgen vorbeikommen und ihm persönlich ins Gesicht... Ja, bitte! Tch! Ey, komm doch! Komm doch! Ich bin ja sein... Ich bin ja sein... Ich weiß nicht, ob er mich an solchen Abenden noch überhaupt als Kumpel wahrnimmt! Nein! Ne! Vorsicht aber nicht, damit ich sagen kann, was ich will! Okay, aber dann... So was wie Fickfotze! Wenn du morgen auch vorbeikommst, ich halt einfach fest und du machst so... Oh, ja! Nasenkorrektur! Oh, ne Boxhandsch... Oh, mit Wolverine-Krallen ins Gesicht! Kannst du ja wenigstens mal OK drücken? Keine Ahnung, ob du Ne Floyd kennst. So nennen mich nur Leute, die mich nicht kennen aus dem Internet. Hier. Klingt das eigentlich eklig? Ja. Ich sitz hier in Boxhandschroßen und komme mir so arm richtig vor. Weißt du, ich habe wenigstens Jeans an wie ein normaler Mensch. Hallo! Ich habe mich aufgegeben. Ich könnte so vor die Tür gehen. Wenn jetzt der Türmann klingelt... Äh, der... Türmann... Der Postbuch... Der Türmann klingelt... Der Türmann ist da! Achtung! Schatz kommst du! Der Türmann ist da! Der Türmann ist da! Ey Flo! Unsere neue... Unsere neue Tür wurde geliefert! Ja... Warum bist du nicht im Spiel? Halt, stopp! Halt, stopp! Halt, stopp! Was ist denn? Der Flo fehlte! Das ist doch Quatsch! Mein Controller funktioniert nicht! Du bist eine dumme Fickfotze, Alter! Ich fass das nicht! Hast du deinen Controller kaputt gemacht? Oh du Scheiß! Du hast deinen Controller kaputt gemacht? Nja... Nja... Willkommen im Club! Eben hat er doch funktioniert! Weißt du noch, wo du gesagt hast, mein Controller funktioniert? Was meinst du, wie meiner kaputt gegangen ist? Ah... Ihr müsst mal echt weniger sollten... Warte mal... Warte mal... Warte mal... Weiß nicht... Was anderes machen... Lol, Alter, Snappy, das ist doch nicht dein Serious jetzt! Ich wollte deine Reaktion... Oh du, wie du mich aber anrempelst, dass ich nicht mehr hinterher komme, ey! Alles zacktick! Wenn du dich vorne in mich reingef... Genau, Alter! Alles zacktick! Dein Arsch ist zacktick! Das sind hier alles Playstation? Ja, ich weiß! Playstation-Controller sind gut! Ja, aber die funktionieren nicht mit Windows so ohne weiteres... Hast du PS4-Controller? Was? Hast du einen PS4-Controller? Ja! Ja, dann USB-Kabel und los geht's! Ja, aber der... Er kennt er sofort! Er kennt er sofort! Jetzt hör doch mal auf den Fischkopf, du Eierhalch! Echt, Mann! Ich bin auch dabei! Mädels... Der ist eh viel besser als der... Als der... Als ob der... Also jetzt... Für das Spiel ja! Für das Spiel ja! Sonst bin ich ein Freund vom Xbox-Controller, aber für das Spiel... Ja, schade! Das zählt als mit... Geil! Jetzt geht mein PS4 an! Oh, super! Hahaha! Lol, Snappy, das ist jetzt aber nicht dein Serious grad gewesen! Alter! Ich hab auch ein Serious! Fick dich hart! Boah, shit! 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 Fuck! Fuck! Steh die Hand! Oh, Lole! Ey, sag mal! Fischi, was ist denn da los? Was war denn das jetzt gerade schon wieder? Mein PS4-Controller. Hast du ihn auch noch weggeworfen? Der ist mir erst runtergefallen. Alter, guck mal was ich hier für einen Kabelsalat auch von mir habe. Es geht gar nicht. Sekunde. Hä, sind die nicht kabellos? Ist das nicht der Witz an dem modernen? Am PC musst du ein Kabel ranmachen, meine Güte. Dein Mona muss ein Kabel ranmachen, Alter. Nee, sie muss es reinmachen, nicht ranmachen. Oh, shit! Nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernst, oder? Ah, ist das schön. Ich glaube, ich habe ihn sogar reingemacht. Kann das sein? Das kann gut sein. Weißt du, ich mache ihn mir selber rein. Ich lasse das nicht jemand anders machen. Ich bleibe hinterhin. Okay! Nicht, dass wir richtig spielen würden, oder so. Wir machen nur Jux und Tollerei. Ich wollte nur die 30 Punkte für eine Glanzfahrrader haben. Oh, habe ich den Fischkopf noch mal kurz angewichst. Danke. Nicht dafür. Der ist gut für die Haut, habe ich gehört. Ja, und für den Rücken. Was? Witzel. Ist nicht. Also, ich habe gehört, äh... Der Fischkopf ist gut für die Haut. Bei Halsschmerzen. Oh, shit. Du, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Nö, ist es ja auch nicht. Nicht dein Ernst, oder? Nö, das ist nicht dein Ernst jetzt. Bist du real? Ey, meinst du, dass... Die, meinst du...